Hi, guten Tag, Ma'am. Haben Sie Interesse daran, etwas über unseren Erlöser Jesus Christus zu erfahren? Hi, guten Tag, haben Sie Interesse daran... Mein Name ist Tresta Parnes und... Meine Güte. Ah. Guten Tag, wollen Sie mehr über die Kirche Jesus Christi erfahren? Kommt doch rein. Wir dürfen nur reinkommen, wenn eine Frau anwesend ist. Meine Frau ist zu Hause, zählt das? Toll. Mögt ihr Kuchen? Ja. Meine Frau backt gerade. Ich merke, dass Sie ein spirituell sehr neugieriger Mensch sind. Ich denke, es ist gut, religiös zu sein. An etwas mit völliger Überzeugung zu glauben. Dann hat sich unsere Arbeit hier schon erledigt. Gut, dann sehe ich mal nach dem Kuchen. So we sleep, silent angel. Jetzt sehen Sie wieder. Wir müssen jetzt nach Hause. Wenn ihr gehen möchtet, werde ich euch nicht aufhalten. Aber mit Hilfe eures Glaubens müsst ihr entscheiden, durch welche Tür ihr geht. Was hat das damit zu tun, ob wir hier raus dürfen? Wirklich alles. Ihr studiert uns gerade? Das wird euren Herzschlag erheben. Und vielleicht wünscht ihr euch sogar den Tod. Habt keine Angst. Ihr werdet jetzt Zeugen eines Wunders. Ihr werdet. Ihr werdet. Ihr werdet.